Hallo und herzlich willkommen zurück in der weiteren Folge Shadowverse Arena Ich gehe mal mit Heaven Croft Okay, Two-Fold Grace ist halt einfach extrem stark Der hier, hm Technolord Origin Ja, das ist mir schon Partei will kommen in der Hand, kann ich 2x per turn Mhm At least will Ich habe kommen in der Play, das ist mir schon Mhm Ich gehe mal damit. Okay, ja, Eskamali-Peacemaker von Rosasolos, da kann ich schon in einem Info-Sites, uh, von Catelea. Jo, Herbalist. Ich glaube, ich werde trotzdem mal damit. Ich gehe mal damit. Ich denke, ich sollte da mitgehen tatsächlich. Uh, Pendulum Almiratsch ist zwar sehr gut, aber nicht alleine. Ich denke, ich sollte hier mitgehen. Ich denke, ich gehe tatsächlich hier mit. Ich gehe jetzt mal damit. Das ist ja gut. Ich gehe mal mit. Ich hab mir das von mir decken teuer und dafür auf Klettern, mhm, mhm, mhm. Na komm, den nochmal. Uh. Wenn das in einem Follower, gefühlt ihr den Follower, jetzt sind die Worte, das heißt, nächst time ihr leertet, mhm. Ist auf ihr Punt, wenn sie playen, mhm. Ich geh mal da mit. Hm. Also ich hab zumindest Wege mir, eine Tyrant Tree zumindest aufs Feld zu holen. Womit ich dann ein paar andere Sachen, äh, kombinieren kann. Aber, ob das so funktioniert, wie ich es mir hoffe, weiß ich noch nicht. Hm. Also irgendwie hab ich das Gefühl, dass da wieder Probleme herrschen, beim anderen Gegner, weil, der, der Balken ist voll und der sagt immer noch Waiting for Opponent, der wird gleich austimen und sagen, dass er Connection Probleme hat. Jep. Return to Title Screens sogar direkt. Hm. Komm. Ich möchte das jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen eigentlich. Hm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. Hm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. Geht doch. vom Ranking her sollte der Gegner machbar sein, aber das heißt ja nicht, dass das dann auch tatsächlich der Falle ist. Ich nehm euch mal komplett raus einmal. Jaaa, ich bin ja nicht so viel. Ok, Fragment of Hope. Fragment of Hope, mit Deck in die Hand. Mhm. Oh, schade. Oh, Herbalist Heyer ist jetzt natürlich sehr geil für mich. Hm. 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 Also so ganz happy bin ich damit gerade noch nicht mit der Situation. Ich bin's mir nicht so happy, aber... Das ist gerade auf jeden Fall die klügste Aktion gewesen. Okay, damit komme ich klar. Ja. Oh. Sehr schön. Ich bringe dich zurück. No matter what. Nein! Ich bin's mir. Ich bin's mir. Ich bin's mir. Ich bin's mir. Ja. Okay. Sehr schön. Ich bin gerne überlegen ob ich das schon machen sollte oder nicht. Ich gehe einfach mal erstmal da mit. Das könnte jetzt wahrscheinlich ein Fehler gewesen sein aber na gut. Ah, excellent. Mhm. Damit bin ich jetzt natürlich nicht so glücklich. Hm. Das ist ja einfach der Turnier-Wander-Trader. Mhm. Ich bin damit echt nicht so happy gerade mit der Situation. Das bringt mir hiergegen ja auch nichts. Ich denke ich werde zu den Taktions spielen. Ja. Äh, nicht toll. Und ich bin am Arsch. Das wird bei Effekt, mhm. Hm. Ich bin damit echt nicht glücklich aber ich kann da nichts gerade machen. Okay, ich bin tot. Ich bin damit, ich bin... Ich zeige dir! Du wirst nicht verstehen. Gold war mein Leben. Die Wälder werden wir. Wir werden wir. Wir sind nicht. Es ist aber auch ätzend, dass man das Ding wirklich nicht weg bekommen kann. Also wenn es nur wäre, dass man es wenigstens nicht targeten könnte und es nicht zerstört werden könnte, aber immer noch gebanished, dann wäre es ja wenigstens etwas. Aber... Es ist echt unangenehm. Okay, gegen Bloodcraft. Wettbewerb und Wettbewerb alles, was du wissen möchtest? Wettbewerb für Gewalt. Ich packe euch mal komplett raus. Ja... Auch nicht besser. Es ist immer noch... Ich bin am Arsch um ziemlich. Wettbewerb natürlich. Okay, das ist doch schon mal etwas. Damit kann ich wenigstens gleich was machen. Kommt, dann habe ich schon mal was gespielt. Pick of the Harvest. Pick of the Harvest werde ich jetzt erstmal nicht benutzen. Hm? Das ist natürlich jetzt auch bescheiden für mich dort. Ey... Ich kann nichts machen. Da hätte ich ne Karte ziehen können, aber das bringt mir auch nichts. Ich bin... eigentlich jetzt schon wieder so ziemlich am Arsch. Und das finde ich nicht toll. Ich bin... Ich bin... Wettbewerb... Wettbewerb Ich bin... Das bin... Oh, Gott. Das ist doch auch Mist ey, weil er wird den jetzt traden und ja, ich hab im Grunde nix davon gehabt, aber naja. Aber der hier könnte mir was bringen. Der und Catelea und ich hab auch noch Escamali Peacemaker, also insofern, das hat mir ein bisschen was gebracht, dass ich dadurch mehr Zeit erkauft habe im Grunde. Okay, das war lucky für mich. Okay, ich geh jetzt mal in den Falle. Can't be destroyed by effects, sehr schön. Sehr schön, damit habe ich das schon mal, das bringt mir sehr gut was. Ich hab noch Catelea Grand Priest und Heavenly Flag Bearers, genauso wie Escamali. Also das könnte jetzt ganz gut was für mich werden gerade. Das schöne ist, wenn der hier jetzt nicht wegkommt, hätte ich gute Chancen hiermit ordentlich Schaden zu machen. Und den eventuell sogar zu killen. Okay, das war jetzt... Gut, ich hab gewonnen. Oh, ich hab' hier. Sehr gut. Und das Schöne wäre noch gewesen, dass ich für den Zug danach die nächste gezogen habe... Das heißt, da hätte ich dann auch noch ordentlich mehr, äh, zumindest Druck machen können mit. Okay. Oh. Das sieht schon ziemlich cool aus, der Beste sein von Maesha. Ja, ihr kommt mal raus, ihr seid mir zu teuer. Das finde ich aber ne sehr geile Sache. Ich spiel mal noch nicht Holy Kitty. Ich fang mal mit Races and Maes an. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht Kyrie, Kyrie Fragment of Hope spielen soll. Ja, ich spiel jetzt Kyrie. Dann spiel ich nämlich nächsten Stück Pick of the Harvest und Holy Kitty. Damit kriege ich die nämlich zusammen dann direkt. Okay. Egal, ich mach trotzdem das hier. Dann mach ich einmal das so. Im nächsten Stück kommt Herbalist her. Okay. 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 Damit komme ich klar, auch wenn die jetzt Faze gehen werden wird und was unangenehm ist. So. Oh shit, nicht gut. Aber ich habe damit ein bisschen... What? Oh shit. In der nächsten zurück kommt Alexei. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich werde den mal da rein, um halt die Gefahr für mich herabzusenken. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich habe das Gefühl, dass jetzt das kommt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. mache ich am besten ich habe mich drei maschina karten in der hand das bringt mir also nix es ist natürlich jetzt sehr das das die 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 Return to darkness Your shield is here Release the light I like the sky Es ist irgendwie nicht so ganz optimal hier das ganze Er wird den jetzt wieder killen Also ich befürchte dass ich dieses Match nicht gewinnen werde Okay Ich fang mal damit an Nope bringt mir nichts Yay Oh ey ich hab aber verloren also das glaube ich nicht dass ich das noch irgendwie Jetzt großartig da was rausholen kann Der Vorteil wäre aktuell Das ist unangenehm aber ich kann den Aber ich kann den mit Akkollis Light banischen Was für mich schon mal sehr gut ist Ich hätte den die wollen sollen noch egal das ist nicht gut ich bin am arsch ich bin am arsch ok 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 ich habe trotzdem verloren das ist ich kann da trotzdem nichts machen jetzt naja wenigstens habe ich schon mal ein match gewonnen gehabt auch wenn das jetzt nicht gerade sehr optimal verlief vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschau